Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einem neuen Voting Video. Heute geht es wieder darum, was wir als nächstes spielen. Ihr habt mir Spiele in die Kommentare geworfen, in Discord geworfen. Ich habe das mal ausgewertet, habe vier Spiele von euch rausgewählt, die ich persönlich auch spielen würde. Ich wähle keine Spiele, die ich jetzt nicht spielen würde. Also ich zwinge mich jetzt nicht zum Beispiel ein Forza zu spielen. Ich spiele persönlich eigentlich zwischendurch gerne mal so Forza. Habe ich früher sehr, sehr gerne gemacht, als ich ganz so jung war. Allerdings, es gibt Spiele, die kann man nicht richtig let's play. Also ich möchte ja zwischen 30 und 50 Folgen haben von dem Voting Spiel, was wir kriegen. Und da geht sowas nicht. Ich kann, tue leid, Forza, ich habe es zwar auf der Xbox. Ich glaube, Forza 5, 6 oder so. Aber let's play nicht. Und da waren noch Spiele dabei, die halt ziemlich PvP-lastig waren. Ich kann jetzt einfach nicht 30, 50 Folgen Fortnite machen, weil das würde mich emotional fertig machen, glaube ich. Ich glaube, ich wäre danach richtig bratzig, wenn ich jetzt jeden Tag Fortnite spielen müsste. Du musst ja auch gute Matches hinbekommen. Also du musst nicht unbedingt gewinnen, sondern du musst auch etwas präsentieren können als Let's Player. Und wenn du da halt in die Runde reingehst und direkt einen Headshot kassierst, fängst du halt die Aufnahme nochmal neu an. Und dann, wenn du halt übelst verkackst, wenn das wirklich nicht spannend ist, wenn es nicht lustig ist, wenn es einfach nur traurig ist, wie man stirbt, dann dauert das schon für irgendwie 10 bis 20 Minuten Folgen, dass du irgendwie 3 Stunden aufnimmst oder so. Und das schaffe ich einfach zeitlich nicht. Deswegen konzentrieren wir uns hier auf Let's Plays. Multiplayer auch, geht auch. Aber ich habe mir jetzt einfach nur normal Let's Plays reingezogen, würde ich schon sagen, ausgesucht, die ihr quasi reingeworfen habt in die Runde. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, sonst quatsche ich wieder zu viel. Wir haben als allererstes ein Spiel, was schon mal im Voting war, was versagt hat, jetzt nicht total. Es war auf Platz 2. Aber ich gebe dem Ganzen noch einmal eine Chance. Pixel Dungeon wurde sich mal wieder gewünscht. Beim letzten Mal hat es gegen, gegen was hat es verkackt? Seven Days to Die, gegen Seven Days to Die hat es, glaube ich, verkackt. Und jetzt haben wir es wieder da. So, als nächstes ein Spiel, das ein bisschen älter ist, was ich als Kind gespielt habe. Jugendlicher, Jugendlicher, muss man sagen. Jugendlicher, Kind ist übertrieben. Jugendlicher, ich war ein Jugendlicher. Und ich habe es damals nur geschafft, ansatzweise zu spielen, weil ich gescheated habe. Es ist ein tolles Spiel gewesen für mich, aber ich war damals ein unglaublicher Schisser. Und ja, ich habe es gesehen, dass ihr es euch gewünscht habt oder einer es sich gewünscht hat und hat auch einen Daumen rum bekommen. Deswegen werfe ich sie in die Runde Half-Life 1. Habe ich nie durchgespielt. Angespielt, ja. Aber ich hatte zu viel Angst vor den Zombies. Ja, ich war ein richtiger Schisser. Das hat erst nachgelassen, als ich angefangen habe, Halo zu spielen. Da habe ich mich irgendwie doch getraut. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich war früher so. Das nächste Spiel ist ein Spiel, was ich mir auch schon immer so vorgenommen habe durchzuspielen. Es ist Dark Souls. Dark Souls 1. Und ja, viel gibt es dazu nicht zu sagen. Schwere Spiel. Ansonsten genau meine Liga. Kommen wir einfach direkt zum nächsten. Das wäre tatsächlich schon eine zweite Staffel von diesem Projekt. Es ist die Pokémon Nasslock Challenge, die ich gemacht habe. Damals mit SoulSilver. Und welches Pokémon ich nehmen würde, weiß ich noch nicht. Ich muss gucken, wo es überhaupt möglich ist, bevor ich da überhaupt irgendwie anfange, irgendwas zu planen. Und zwar Pokémon Nasslock Challenge, habe ich schon gesagt, ne? Ja. Die Pokémon Nasslock Challenge, ja. Wer es nicht kennt, unter der Beschreibung ist ein Link zur ersten Staffel. Ist ganz lustig gewesen. Würde ich gerne nochmal machen. So. Dann kommt bei einem Spiel, was ich mir natürlich ausgesucht habe. Ich habe mir für die Switch ausgesucht. Steam World Heist. Wenn ihr das sehen wollt, dann votet das. Das Voting erscheint jetzt genau hier. Da könnt ihr voten. Und bevor ihr jetzt votet, wenn ihr jetzt zum Beispiel nicht wisst, was die Spiele überhaupt sind. In der Beschreibung findet ihr die Trailer zu den jeweiligen Spielen. Außer die Pokémon Nasslock Challenge. Da ist die erste Staffel verlinkt. Und ja. Das dazu. Votet, votet, votet. Ich bin gespannt. Voting geht bis Samstag, den 21. 27. 20 Uhr. Dann steht es fest, was kommen wird. Nächste Woche habe ich geplant, nochmal ein Fragenvideo zu machen. Und zwar werden in den Kommentaren immer wieder Fragen gestellt. Immer wieder dieselben Fragen. Und als YouTuber ist das irgendwann nervig, immer dieselbe Frage zu beantworten. Deswegen werde ich einfach ein Video machen. Wenn ihr jetzt also noch Fragen habt an mich, dann schreibt sie jetzt in die Kommentare. Und ich werde sie beantworten nächste Woche. Dann sehen wir uns halt am Montag zum neuen Projekt. Ich bin gespannt, was es wird. Und wie lange ich durchhalte. Wie gesagt, 30 bis 50 Folgen hat so ein Projekt. Bis auf Spiele, die in dem Rahmen Folgen haben. Wie Half-Life wird durchgespielt. Dark Souls wird durchgespielt. Team World Heist wird durchgespielt. Pokémon wird durchgespielt. Außer Pixel Dungeon. Der kriegt 30 Folgen. Weil es halt ein endloses Spiel ist. Also es ist klar, endlose Spiele haben halt eine Staffel. Und die anderen Spiele gehen halt zu Ende. Gut, haben wir dieses Mal halt wenig Staffelspiele. Wir sehen uns auf jeden Fall dann. Haut rein, euer Zero. Tschüss.